Hier war ich wieder, halbwegs nach der Welt, und noch auf die Böden der Frauen, die ich umgekehrt hätte. Die einzige Unterschiede ist, dass ich die Sprache nicht verstehste. Okay, back! Back to the jungle. Was? Oh, ich glaube, ich sollte meine Munition mal sparen. Ich habe irgendwie nur sieben Schuss. Boah, was ist hier kaputt? Ich war da nochmal nicht. Oh, ich habe hier ein bisschen mehr Schuss. Oh, Haar, Pillen. Da würde ich mir hier zweimal überlegen, dann Eid. Was? Boah. Ruhe. Mach ich das jetzt eigentlich richtig hier? Oder, äh... Ist hier noch irgendwas? Boah. Freunde, ich bin jetzt besser bewaffnet. Das geht. Muss ich hier runter? Scheint so. Kann ich mir eigentlich die Munition sparen, oder? Oder nicht? Los, hab ich hier den Arsch geschossen? Oh! Holla! Oha, jetzt kommen die... Jetzt kommen die Special Forces. Oha, 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 boah. Holla! Oha, 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 oha. Nee, ich gebe mir erstmal wieder das schöne Kanönchen hier. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier heile irgendwie durchkomme. Oha! Schraubhuber. Ich hab Schieß vor dem Ding. Kann ich aber nicht abschießen, irgendwie. Oh! Hat da jetzt wohl der Krieg ausgebrochen jetzt. Übel. Übel. O-ha, o-ha, o-o-oh! Hey, kid! Kann ich da auch rein? Ist da vielleicht ein Muni oder so? Ne, nicht. Leider. Leider nischt. Uh-oh. So. 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 Es war ein fairer Spiel, als ich zu finden war. Ich bin gleich tot, das gibt es doch gar nicht. Hör auf, um mich zu schießen, Mann. Mit ihrem blöden schusssicheren Westen, ne? Verdammter Mist. Ich brauche Pillen den ganzen Tag, ich brauche Pillen, soviel ich mag. Hallo? Da ist einer. Äh... So viel zum Thema. Oh Gott. Ey, von dem mit ihren scheiß Schutzkehren Westen, ne? Das ist wirklich doof. Ach, keine Muni mehr. Scheiße. Nein, 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 nein. Nein. Jetzt bin ich dran. So. Meine Güte. Ich sollte vielleicht wirklich hier irgendwie eine von diesen Wappen aufsammeln, ne? Da wird es wahrscheinlich mehr Muni für geben. Was? Der lebt noch. Boah, der lebt immer noch. Das ist ja ein geiler Grill. Ha, siehste? Habt ihr auch... Wuh, was? Was? Wie? Oh, oh. Da kommen da jetzt bestimmt auch noch ein paar um die Ecke. Wage ich jetzt mal zu vermuten. Oder? Ne. Doch, da. Hab ich doch geworfen. Nein. Oh, oh, oh. Nachladen. Nein, nein, nein. Ach. Och. Ich hab immer das Glück... Ist euch das mal aufgefallen? Ich hab immer das Glück, dann nachzuladen, wenn gerade ein Gegner um die Ecke kommt. Oh Gott. Darf man gar keinem erzählen. Und ich nehm sowas auf. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Hm. Hallo? Hallo? Meine Güte, ich drehe immer den Kopf so. Kennt ihr das auch, wenn ihr so den Kopf wegdreht und um die Ecke gucken wollt? Vorm Rechner? Das ist, äh, lustig. Was? Nein, ich lasse sie in Ruhe. Geh. Ich will den Fernseher gucken. Hallo? аст Klein. Hallo? Ich bin fyster. Ich bin continuity!". Prozent Prozent ab sie 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 war um was er ist er reicht und man schafft Tränen in den Augen mehr wir sind die Jürgen die Störlinge ich ich weiß nicht ehrlich irgendwie ist das Spiel einfach nur gehalten kommen da raus oder muss ich die andere Türen uns bestimmt die andere oder mit das Super keine Muni mehr so hat er ist so und solche Götzparte und Jürgen die die Lüge Korn sind da Pillen drin? Komme ich da rein? Oh! Komm, zeig dich! Zeig dich! So, hast du jetzt davon? Äh, ah, okay. Oh, 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 oh! Noch mehr von denen! Nein! Komm, kommst du wohl! Na, hopp! Nicht da! Okay, kommen da noch mehr? Oder war es das jetzt? Hallo? Sieht nicht so aus, als ob da noch was kommt, ne? Boah! So viel dazu, du Sau! Ne, das ist keiner... Jetzt muss man echt aufpassen, dass man nicht die Falschen abknallt, irgendwie. Aber hier ist doch vorhin noch einer... Äh... Oh, 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 oh. Au, 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 au. Okay, menschle ich den. Nein! 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 Au! Aber wenigstens der Hubschrauber jetzt auch erwischt? So, kann ich jetzt in Ruhe mal nach Pillen suchen? Das ist ja ein freizügiges... Was ist das hier? Scheißhaus, Küche und Wohnzimmer in einem? Oder was ist das? Scheint irgendwie so. Ach, und da kannst du ein Dickerchen machen, oder was? Hahaha, ha ha ha. Hallo? Max ist da! Der lebt doch noch! Was? Der wollte ne Granate werfen! Glaube ich zumindest. Behaupte ich mal. Oh, die Musik, die macht mir Angst. Hallo Musik! Da komme ich da hoch. Ne, ich glaube nicht. Ne, ne, ist dezent zu. Das ist ja, ich glaube nicht. 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 Nicht, nein, mit Oder?